Union Berlin Borussia Dortmund Ohrfeige für BVB-Star Fans reagieren Am Samstag kam es in der Bundesliga zu einem spannenden Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund. Die Partie fand im Stadion an der alten Försterei statt und lockte viele begeisterte Fans an. Doch das Spiel verlief nicht nach den Erwartungen des BVB. Die Berliner konnten sich am Ende mit einem deutlichen 4-1-Sieg durchsetzen, was für die Schwarz-Gelben eine herbe Enttäuschung darstellte. Der BVB, der zuvor als Favorit galt, stolperte über die kompakte Defensive der Gastgeber. Immer wieder konnten die Unioner mit präzisen Kontern für Gefahr sorgen. Auch ein vermeintlicher Elfmeter für Dortmund blieb aus, was bei den Anhängern für Aufregung sorgte. Für die Spieler von Borussia Dortmund war es besonders frustrierend, dass sie die Kontrolle über das Spiel verloren und sich dem leidenschaftlichen Spielstil der Unioner nicht anpassen konnten. Ein herausragender Moment ereignete sich, als ein BVB-Star während der zweiten Hälfte mit einem brutalen Foul von einem Union-Spieler zu Boden geschickt wurde. Die Fans der Berliner reagierten sofort und skandierten empört, während die Schiedsrichterentscheidung, für den Vorfall keine Konsequenzen zu ziehen, auf viel Unverständnis und Ärger stieß. In den sozialen Medien gab es zahlreiche Reaktionen, in denen Fans ihre Meinung zu der Situation äußerten. Viele fühlten sich ungerecht behandelt und verlangten eine klare Ansage von der Bundesliga hinsichtlich der Schiedsrichterleistungen. Auch die Spieler selbst lassen keine Zweifel daran, dass sie sich in dieser Saison mehr erhofft hatten. Einige von ihnen äußerten den Wunsch, aus dieser Niederlage zu lernen und sich zu verbessern. Sie betonten, dass solche Spiele Teil des Lernprozesses seien und man gemeinsam stärker zurückkommen müsse. Trotz der Enttäuschung bleibt der Fokus auf den kommenden Spielen, in denen der BVB zeigen will, dass sie auch gegen topplatzierte Teams bestehen können. Die Frage bleibt, wie Borussia Dortmund mit dieser Niederlage umgehen wird. Die Unterstützung ihrer treuen Anhängerschar wird dabei entscheidend sein. Die Fans hingegen sind sich einig, dass sie ihre Mannschaft auch in schwierigen Zeiten unterstützen werden, jedoch hohe Ansprüche an die Leistung der Spieler haben. Viele hoffen auf Wiedergutmachung in den nächsten Partien, um die Enttäuschung dieser Niederlage schnell hinter sich zu lassen. Auto Anita Farke, Montag 7. Oktober 2024